Kuriose Personen. Kennt ihr den Strugglen, die große Leute haben? Also ich nicht, weil ich bin ein Hobbit. Aber das Internet weiß eine Menge darüber. Stell dir vor, dass du zu groß für dein Auto bist. Im Sommer ist es schön cool, aber im Winter halt auch. Auf einer Party rummachen ist schon geil. Außer die Person, mit der du rummachst, ist fünf Köpfe kleiner als du. Dann ist es wie Sport. Was riecht denn hier so angebrannt? Du, keine Ahnung, aber kannst du mir sagen, ob das Essen schon fertig ist?